Oh Gott. Okay, das liegt daran, weil wenn ich einen Cut mache, geht anscheinend das Spiel weiter, komischerweise. Also ich kenne das so, dass das eigentlich pausiert, aber keine Ahnung, warum das nicht geht. Oh, jetzt werden wir den Scheiß wieder machen. Was soll ich erstmal hängen? Ja. Schüsse! Oh! Api ist da am Boden! Okay, der ist ein bisschen besser gepanzert, denke ich mir. Scheiße. Okay, der ist ein bisschen besser gepanzert, aber das ist ein bisschen besser gepanzert. Okay, der ist ein bisschen besser gepanzert. Okay, der ist ein bisschen besser gepanzert. ups ok da ist er Hilfe! irgendjemand! Ruhig! Du bist hier? Wie bist du reingekommen? Es war eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein! Ich hab dich nie gesehen, Mann! Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst. Oder ein Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay. Sind dran. Ja. Jody. Erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich hab dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Achtung an alle Einheiten! Der Verdächtige wurde gesichtet. Einsatzteam erbittet Verstärkung. Hm. Ah, okay. Stopp! 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 Sonst schießen wir! Wo sind die? Okay, hier geht's direkt los. Verstanden! Eine Buchleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Oh, okay. And up here in your... Helicopter... Okay. Verdächtige vor Ort, gesehen! Polizisten, damit man wieder... irgendwie... böse oder was, oder? Okay, dann haben wir ja... Okay, dann haben wir ja... Wichtig ist aus der Sicht, starten neuen Überflug. Warum? Sie sind gekommen! Wie geht's der Winner? Okay. Versteckt er sich? Hat ihn jemand gespattet? Wack zur Hölle hezen, komm! Verfolgung wieder auf! Oh. Ich glaube, unser Ruf ist deutlich schlechter geworden in den letzten Paar. Was? Oder Aktion. Oder Aktion. Oder Aktion. Ich hoffe, der Helikopter sieht nicht so gut. Alles klar. Jemand, der auch im Mello war. Ich muss herausfinden, was Damien weiß. Oder Aktion. Oder Aktion. Oder Aktion. Oder Aktion. Oder Aktion. Oder Aktion.